Guten Tag, Sie kommen gerade von Viehmann raus? Ey, warte mal, ich quatsch jemand immer dahin. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich war gerade bei Viehmann, da bin ich Viehmann los geworden. Aber das war ja günstig eigentlich, so ein Glas 500 Euro. Und das hier stelle, da habe ich auch nochmal 1000 Euro für bezahlt. Aber was soll es? Man günstig ja sonst nichts. Da bringe ich jetzt das Lehrjut weg. Und da habe ich dann wieder raus. Und da habe ich dann wieder raus.